Na los, lächelt doch mal! Ist das nicht ein geiles Wetter? Hey, hey! Alles klar, Mirals! Wie sieht es bei euch aus? Ja, wir haben eine kleine Panne. Aber wir sind rechtzeitig da. Herzlichen Glückwunsch, Kleiner! Hey Celine, ich bin's. Ich hab ein Problem. Ich hab mich voll verfahren. Ich bin hier mitten im Nirgendwo. Melitz! Wo seid ihr? Also ich weiß ja nicht, wo du hin willst, aber... Hier bist du falsch. Kati! Ja doch! Da war eine Fabrik. Eine. Da gab's ständig Unfälle mit so... Chemikalien und so einem Zeug. Hallo? Oh Gott! Oh Gott! Ah! 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 Du bist unsere neue Mami. Bis die nächste kommt! Journalist. Untertitelung des ZDF, 2020